63 Kubi? Ja? Weißt du manchmal? Bist du einfach einer der verficktesten Mongos, die ich kenne? Wo bist denn du? Ich snipe hier hinten schon Ich bin schon da hinten auf dem Outpost-Dingsteil da drauf Weil du kack bist Einfach weil du kack bist Ja, weißt du, wenn du jetzt durchläufst, dann baller ich dich weg Warte, warte, warte Wo bist du? Bleib einfach stehen Der eine Spieler, der läuft gleich raus Die snacken den weg Ja, lass den laufen Dann ficke ich ihn Warte, ich wechsle auch zu Sniper Tut mir jetzt schon leid Das ist so reudig, was wir machen Ah, der hat es gesehen Ja, der hat es gesehen Digga, wir sind friendly Wir sind nicht böse Der steht da hinten am Zug, ne? Ja Der weiß genau, was ihm graut, alter Warte, ich die eine Seite des Zug zu die andere Er rennt weg, oder? Ja, er rennt weg Ja, steht da hinten im Gebüsch Der hat ne Schrotze, wir müssen aufpassen, ne? Ohne Spaß Der liegt da hinten Bist du noch protected? Ne Der Typ ist tot Hä? Was ist denn erwischt? Was ist denn erwischt? Warte, ich gehe Und weg Hast du ihn gesehen? Ja, Rucksack hat rausgeguckt Ist er tot Ziemlich Nubi von ihm, muss ich sagen Alter, guck im Chat nach, ob der echt rot ist Er ist gestorben Stimmt Das war jetzt einer meiner leichtesten Kills, ne? Amo! Für mich Painpills, für mich Cash, für mich Ich hab die UC übrigens weggenommen, ne? Der hat zwei gehabt, der hat zwei UCs gehabt War ja geil Na, kriegst trotzdem keine Soll ich hier mal ne Freckle-Nade aufm Boden legen, ne? Small Backpack, komm lass mitnehmen Ist immer sicher, einen kleinen Extra-Hucksack dabei zu haben, als ne Da ist noch jemand in der Safe Zone Lass mal hier auf das Ding gehen, und lass dem extra gerne rauskommt Alter, wie hasse du bist Das find ich echt Ne, wenn, dann lass das was viel Fieseres machen Was viel Ausgefuchsteres Wir laufen jetzt einfach darüber hin Ne, komm, hier kann man sich echt schön hinlegen Ich hab ja keinen Bock den zu töten, der stinkt Ich lock ihn an, ich pack meinen Knife aus hier Komm, ich baller euch weg Da ist ein Golem Komm, hier Eins versus eins Weißt du, weil in solchen Momenten fühlt man sich mighty 26 Player-Kills hab ich Wo bist du denn jetzt hin gelatscht? Ich bin immer noch direkt neben dir eigentlich, also fast So Guck mal, hier kann man sich so perfekt eigentlich hinlegen Hä? Fick dir nicht, ich seh dich echt nicht Ich bin auf Ich nehme mal meine Uzi auf Die genau 35 Alter, geht's da runter Ne, meine Uzi Die ich mir zusammengefarmt habe Ach, ich glaub du hast das Geld genommen, ne? Ja, klar Ja, klar Wie viel Cash hatte der? 140 oder so, glaub ich Gib her Okay, du nimmst die eine Seite, ich nimm die andere Seite, okay? Ja Wir chillen uns jetzt hier einfach hin Hier braucht nur einer hochlaufen, wir sind beide einfach tot, ey Ja, da kann aber Nehmen wir mal an, dass da keiner hochkommt Okay Ja, wenn nicht, kann ich auch hier hinlegen, ne? Da sieht man mich genauso wenig Oder wenn ich mich hier hin hocke Aber beim Hocken ziehst du halt wieder ein bisschen anders Ja Ich könnte es auch richtig geil machen Warte mal kurz, ich stelle mich hier drauf Oh Ich bin da gefallen Das ist blöd gelaufen, ne? Ich bin aber nicht tot Weißt du, guck mal, guck mal so Gib's dir Guck mich mal an Läuft, läuft bei mir, oder? Weil wenn du dich bewegst, sieht man's auf jeden Fall Ja, weil ich aus dem Ding rausglitsche Ich lieg ja mit den, ich lieg ja eigentlich mit den Eiern auf dieser, auf dieser, auf dieser Kante Ja Ja, das drückt nur wenig, also lass ich's lieber Weißt du, man verliert so langsam Leben, weil du so hier chillt Kann man eigentlich so lange die Luft anhalten, bis man verreckt? Weiß ich nicht Hab ich noch nicht getestet Ja, lass mal testen, komm Ich glaub, der eine Tab, entweder kommt der nicht raus, oder er kommt nicht zur der Seite raus Also noch halte ich die Luft an Hört man, oder? Ja Ich seh'n Golem Zweiten Golem Ja, du kannst mega lang die Luft anhalten Ja, ich denk mal, bist du verreckt Spieler Wo? Ah, bei dir Geht grad zur Safe Zone rein Der ist schon in der Safe Zone Meinst er? Ja, der ist schon Bleib gewalt Der freut sich grad einer ab, glaub ich Mh Mhm Ich mach das jetzt so, ich guck jetzt so halb, äh Das hat jetzt Nacht, das ist extrem scheiße Bei mir ist es wieder, äh, so dunkel, äh, so hell im Zimmer wegen der Sonne Ja Ich löse das Problem mal eben Ich muss mal kurz, äh, ich muss mal kurz bei mir die Ding, die, die, die Ding zu machen Ja, ich auch Wahrscheinlich werden wir gleich beide verreckt Ja, bestimmt Ich guck grad auch nicht auf dem Bildschirm Geil, das Headset-Kabel so lang hält Ja Einmal, äh, durchs halbe Zimmer laufen, ne? Ja Mein Zimmer ist dann nur zwei Quadratmeter groß, aber trotzdem, ja Das ist, das ist schon zu viel Der läuft auf uns zu, der läuft auf uns zu Hä? Spaß Boah, ist der einfach langweilig, weißt du, dann treunt mal den eigenen Kumpanen, weißt du Kumpane Soll ich dich mal treu, indem ich den in die Eier schieße? Ne, das würde mir 800 Weben ziehen Das würde sogar wehtun Aber ich muss sagen, weißt du, du hast einfach schlecht geballert, ne? Ja, ich hab den erst ewig nicht gefunden, Alter, ich hab voll in die Luft gescoped einfach Weißt du, du ballerst einfach gar nicht So, hab ich's dir gegeben Ähm, auf die Entfernung, kommt da die Kugel gleich an oder muss ich so ein bisschen vor den zielen? Ich würde sagen, 100 Millisekunden später Aber du kannst eigentlich immer wirklich wunderschön auf den Körper zielen Wenn du Headshot natürlich machst, ist natürlich auch geil Aber Körper ist bei Sniper praktischer Ich glaub, das zieht sogar mehr Ich hab mal so ne Dings gesehen Ähm, wieviel Schaden du mit der Crew Maximum machen kannst Mit dem, mit dem Plus 25% Damage Ähm, kannst du 1500 Damage machen Mit einem einzigen Schuss Boah In dem du, ich weiß nicht, ob's Brust oder sowas ist Ähm, wenn du dann wirklich dann perfekt triffst Wirst du dann wirklich 1,5k machst Was ist nervig, es ist leicht, es ist leicht neblig Obwohl, ne, durch die Nacht ist es weniger geworden, ne? Hm Ist ja natürlich gut Aber mich wunderts, dass halt echt niemand da ist Bei 56 Spielern Alter Naja, einer kam ja grad schon vorbei Ich würd halt jetzt echt lieber zum Outpost da hinten gehen Sicherheitshalber Weil wir sehen ja Da du in der Tribe bist Sehen wir ja sofort, dass wenn einer in einer in die Zone gehen In die Zone kommt Dass das Ding nicht mehr steigt Da noch dazu halten wir halt Ausschau Wo willst du hin? Äh, da hinten das ungeklemmte Gebiet Achso Jetzt ist ja auch Aber kommen da so viele Spieler hin? Da kommen ab und zu mal welche Ja, von, äh Wie heißt das? Ähm Die laufen dahin, weil das ein guter Droppunkt ist Und, äh Es kommen welche vom Dings Outpost an Von hier und halt vom anderen Outpost da Oder Highrise Wie viel von, 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 ja Von, ja, von Tower Outpost weiß ich nicht genau Wie viel, ob da, ob da einige kommen Aber ich hab schon mal letztens zwei Stück erwischt Die wirklich in einem, in einem Abstand von Zirka zwei Minuten hintereinander kamen Beide mit Messer Okay, ja Wollen wir zum, zum Silo Ja, da wär ich echt für Da ich keinen Tribe hab, krieg ich keinen XP Bonus Wir können Kannst du da unten nochmal runterspringen? Oh, lol Ne, ich hab nen Kleider benutzt Lol Ich bin nicht auf dieser Auf dieser Metallstange gelandet Und bin Hub Damage gekriegt Und was machen wir, wenn da schon welche sind Und auf uns warten? Wir haben mal Pech gehabt, aber weißt du Da kommt einer raus, da kommt ein Spieler raus Ah, der chillt da nur, ne? Was? Nee Ich? Kommt uns entgegen Ich muss sehen Vielleicht kommt er durchs Gebüsch Ja Da ist er Ja, Baller ab Ich hab ihn verloren Warte Ich hab ihn erwischt Hast du'n? Aber nicht gekillt Nee Ah, hat er Glück gehabt Baller zurück Oh, es kommen Schüsse auf uns, ja Kann ich sehen Der hat keine Chance Der geht links lang Na komm Ich muss nachladen Fuck Der spielt schlecht Der bleibt halt eigentlich extra noch stehen, ne? Oh! Sniper Schuss Sniper Schuss von der Seite Glaube ich Da ist niemand Ne, der davon Auf jeden Fall Ist hier gerade irgendwas eingeschlagen von links Das kann von dem gewesen sein Nein Saves du das Ding Ich lauf weiter nach hinten, okay? Lollollolloll Ich bin tot Er kam von der Seite an Er kam von der Seite an Ja, hab ihn gesehen Von um Warte, ich kann dir sagen, wann er bei mir loot ist Tut er aber glaube ich nicht Ne, ne, der will dich nur killen Oh Mann ey, wir waren so schlecht, aber ohne Spaß Ne, den krieg ich schon Ne, kommt nicht, ich mach einen neuen Trak Ne, ne, der lootet auch nicht Der wartet Oh mein Gott Aber ich lauere den jetzt auf, der wartet nämlich an der Seite Hm, ich bin schön bei Westview Alpha Westview? Hm Dann kannst du nachher laufen Ah, theoretisch schon Du holst ihn dir und ich komme Hab ihn Ja? Ja Nice Hat er irgendwas cooles dabei? Sniper würde ich mal sagen, aber hab ihn erwischt Der ist langsam hingecroucht Ah, geil alter, in der Aufnahme noch dazu Zweimal ganz viel shit, der am Boden liegt Das eine ist meins Das eine gehört dem Also so schnell bin ich glaube ich nicht, da hebt das ruhig auf Mein Cache und so Ah geil, Cache Könntest mir ja vielleicht noch entgegen kommen da Das erste was ich eingesammelt hab, ist ne Flair Da war nicht schlecht, also der hat äh, der hat gut gespielt, aber ich hab mir gedacht so, dass der irgendwas geplant hat Die Granaten nämlich nicht mehr Ja, der hat tausendmal besser gespielt als wir, ey Ja ne, als ich jetzt nicht Pipe Sniper hat der gehabt Okay Ich kann nichts mehr mitnehmen Das ist ein Scherz Das ist ein Scherz Unload Der hat nur ne ACP Muni dabei gehabt Muss ja gucken, als erst niemand kommt, ne Irgend so ein Mongo ankommt und mich wegrotzt Dann bin ich auch weg Ich will ne Water Bottle mitnehmen Dann hat der einfach den Loot von drei Leuten da Ich muss grad Sachen droppen Ja, es ist einfach zu viel Es ist ein Scherz, aber dann kommt jetzt ein Mantis auf mich zu, Alter Es ist ohne Witz ein Scherz, ey Der kann mich niemals gesehen haben NIEMALS Guck mal, ob man sich in der Tanke vor denen verstecken kann, oder ob die da einfach durchglitschen Ich überlege grad, ob ich die Ding mitnehmen, die Die KBR Katana nehm ich mal mit für dich Alter, ich grad gedacht zu Fick Fick die Henne, wenn das die Safe Zone gewesen wäre Dann hätte ich jetzt richtig Spaß gehabt Pain Pills, da Ich will die Haze mitnehmen Ich nehm, ich werf die Die Schrotze weg und nehm die HZ mit Ja Da ist ein Spieler Faktisch Alter Das war der gleiche Der kam angecroucht Ne, der hätte mich echt weg Der hätte mich locker wegrotzen können Hast du ihn weggesnackt, hättest du nochmal? Ja, ich hab ihn nochmal weggesnackt Alter Alter Alter, weißt du Ich sammel so auf, werf so Sachen raus, so ganz chillig, ne Und dann, ähm, dann mach ich das weg Dreh mich so richtig quirlig so hin und häng mir so WTF, was macht Nico da für Bullshit, ne Nach dem Motto dreh ich mich so hin und her Und sieh so ein Typen mit gelbem, mit dem roten Helm Denk wie so Was? Wo? Und dann steht der Typ da wirklich vor mir und Also wirklich croucht, wollt sein Zeug aufheben So nochmal sein Cash aufgehoben, Alter Ja Ich bin jetzt hier reich 200 Cash Aber ich kann hier, ich hab zwei Schrotzen hier liegen, die ich nicht aufheben kann Ja, ich komm mir leider grad nicht durch, weil hier alles Unzäunt ist, Alter Ich kann es so machen, dass ich nur eine aufnehme Und die wegwerfe Oh du scheiß Spiel, jetzt lass mich hier doch mal durch, Alter Was geht denn steil Ey, kannst du knicken, hier kommst du nirgends lang Ich hab Bock, dass der Typ nochmal ankommt Ich fix den halt nochmal weg, oder? Ja, klar, ich hab dir direkt no score weggeballert Obwohl, ich hab n klein wenig gezielt, aber Boah, hier liegen, halt hier liegen halt ernsthaft so viel Waffen Ich kann die nicht mitnehmen Oh, Mann Da hinten sind welche Ah, da hinten, die fick ich weg Alter Mann, ich will auch echt schnell mit erleben Ich hab einen gekillt Noch einen Jaa, Premium, okay, weißt du, steht da und bleib kurz stehen Ich halt, ja komm, hingelegt, hingezielt, pam, weg Ist mir egal, ich geh in die Safe Zone, Alter Ich riskiere es jetzt nicht noch weiter Ich will es nicht raus Wie nutzt denn du die immer weg, Alter Ich ziele und schieße Ähm, ja toll Ja, ich überleg grad, ob ich jetzt noch den einen anderen wegballer Aber Oma hat immer gesagt Reize deinen Triumph nie zu sehr aus Er könnte dir zu Kopfel steigen Jaa Das war dieser Tag Aber ich glaub, ich hab einen weggeballert, der hatte nur ne Ding dabei Ne Ding? Nix halt Ich guck grad mal im bloßen Auge in der Gegend rum Hast du meine Water Bottles alle aufgehoben eigentlich? Ich hab eigentlich alles Wichtige aufgehoben, ja Sieben Stück hab ich Jaja Alter, sieben Stück Zwei Leute in der Safe Zone Wenn die Safe Zone jetzt nicht mehr, äh, wenn die jetzt an der Attack ist, auf einmal Dann rotz ich die auch noch weg Boah, Alter, ich bin so unfriendly gerade Ja Oh shit, Korner Killschmidt Ähm, wo läufst du denn grad lang, warte mal Ah, okay Wenn du willst komm ich dir entgegen Ja, wenn nicht schlecht Mit einer Crew, einer Waren, einer KB5, irgendwas und einer Haze, weil ich die nicht ablegen kann Ah, doch, kann ich wachen Ja, ich leg Waffen ab, okay Ähm, ich bring dir aber was mit Ne Schrotze Ist ne Schrotze okay zum mitbringen? Ja, wenn du mir Muni mitbringst, dann ja Ja, noch 36 Muni dazu Boah, das reicht Die Crew mach ich mal sicher Zwerber in, äh Boah, ich mach einfach alle Backpacks noch da rein Zell Muni Pack rein die Scheiße Ah, das ist die Muni die ich brauche Der hat ne Schrotze Äh, ich trenne mal die Water Potals, ne Ich nehm vier, du drei Ja Weil ich ja auch alle weggefickt hab Ja, ich hatte auch zwei dabei, also Achso, okay, dann hat der andere Typ auch noch wenig dabei Ähm, ich nehm dir ne Schrotze mit und ich denk mal, ich bin mal freundlich hier Und bring dir ne Crew mit Ne, ne Pipe Sniper mit 28 Muni Okay, dann brauch ich aber keine Schrotze, weil beides geht auch nicht Ja, dann lau wieder Unload Raus mit Muni Alter, ich hab jetzt hier mega viel Muni rumchillen, ne Was, jetzt, ich muss mal, ich muss nicht mal gucken, was, äh, was ich an Waffen hier drin hab Aber du brauchst für die, ähm, um so zielen zu können oder sowas, musst du echt mit dem Snipern mal ab, äh, offline In den Server rein, und einmal mal gucken, ob du, ob du irgendwas, äh, gebacken kriegst Einfach mal an Sniper Spot gehen und dann welche wegballern Das, äh, brauchst halt echt ein wenig, ähm, einspielen, nenn ich das jetzt mal Ja, klar Weil das ist ja bei jedem, bei jedem Ding noch Ich hab jetzt bei mir im, drinnen, äh, zwölf Waffen hab ich drinnen Und, zwei hab ich da, äh, zwei hab ich dabei und drei trage ich Halt, aua Was ist denn das, das ist Crew Ammo, das ist die hier und das ist für die Okay Die beiden, die machen grad Blödsinn Oh, da fühlt man sich wieder so sicher, weißt du, wenn man so richtig abgegangen ist Ich bin, ich, ich fühl mich jetzt grad so wie der Mafaka in, in Entenhausen Äh, wie wär's, wenn ich hier in der Safe so auf dich warte Und, äh Ja, bin aber da eigentlich Aber oben gucke, falls was kommt, oder falls was in der Nähe ist Überleg grad, kann ich glaub ich gar nicht Kann ich, kann ich zoomen, ich könnte nur gucken, dumm Was ist denn, zehn Leute weniger auf dem Server Ja, alle die mal gekillt haben, alle Welch, klar Ja Ne, ich hab jetzt Drei Leute getötet, davon zweimal den gleichen Zwei Stück gehen grad raus, der ist safe soll, ich könnte die jetzt auch noch wegballern Mach Ja, bin ich auch grad voll für Ja, dumm, wegen den Loot, den kann man jetzt nicht wirklich aufheben Ne, also ich hab jetzt noch 20 Kilo frei Ah, okay Ja, passt ja noch was Ich bin so ein Arschloch, also Ich muss ernsthaft sagen, ich, ich fühl mich grad richtig, richtig schlecht Teils Ich genau weiß, wie schweiß ich Also wie im Chat auch jetzt einfach die Brainness, die Brainness, die Brainness Ja? Oh ja, zweimal Ja Ich glaub, die beiden, die lauern auf Ich bin mir nicht ganz sicher Ich bin noch nicht, noch bin ich in der Safe Zone Ah, die laufen unten lang Ja, da hinten, guck da Ja, wenn die mich wegsnacken Nee, nicht auf deiner Seite Okay Alter, würd ich nie wieder in der Safe spielen, wenn ich jetzt wieder wegsnackt, oder? Ja, da hinten laufen sie lang Ist mir egal, kann ich aus der Ferne auch immer noch wegsnacken Weggesnaggert, ne? Alter, hier oben, drei Dinger zum Looten Zwei Schlafsack und ein so ne Box Mach Ja klar Ich muss echt Ausschau halten, dass da niemand kommt Ja, man sieht die nicht mehr Da hinten sehe ich ihn, wie er kämpft Ich glaub ich bin grad hier, wo du mal mit der Schrotze weggeballert wurdest von hinten, wo der eine von Dach gesprungen ist Nee, nee, das ist aus meiner Seite gewesen Ach so, da! Ja, ja Ich müsste mich jetzt wirklich in Gefahr begeben Ach das ist hier Ich nenn's mal Gefahr, wenn ich den wegballern wollte Ja, der greift mich an Ist ja billig Shit! Was? Hast du ihn gekillt? Nee, ich bin in der Safe Zone Ach so Aber die halt, die Die, die Camp... Von Katana Ja Da hängt einer und campt Ja, ist geil, weißt du, der denkt ich bin hier nicht Ich bin hier in der Safe Zone Äh, ich bin nicht in der Safe Zone Der andere, der hängt auch irgendwo da hinten rum Ja, ja, hier Pussy Taktik, weißt du Haben wir mal einen Pipe Sniper Ich glaub den aufgenommen Ja, der andere läuft auf der Straße rum Ah ne, da Komm bald in die Safe Zone rein Beide laufen auf der Straße rum Und der hier? Das sind drei Oh, die Shit Boah, das ist gut Alter, wenn die mich erwischen, dann machst du das Nee, nee, nicht auf deiner Seite Nicht auf deiner Seite Ja, aber die können da trotzdem rumkommen Nee, nee, die sind da nicht Einen baller ich jetzt weg Hammer Hammer Da beddeln sich zwei Stück Und der eine ist grad, äh, rücken zu mir Snack, hast den weg, der dich anguckt, dann den anderen Oder den, der mit dem Rücken zu dir steht und schieß einfach durch den einen durch und kill den anderen auch Ich bin in der Safe Zone Ich seh mich nicht Ich bin, äh, ein Meter aus der Safe Zone raus Dann nehm ich mir eben nochmal die Pipe Sniper einfach Er kommt auf mich zu gerannt Also ich komm, jetzt, jetzt komm ich auch noch raus gerannt, dann verpisse er sich wahrscheinlich wieder Der hat KBR Ja Ah, da ist ein dritter Hammer Oder hab ich einen nur weggeballert? Ich kann den Chat wieder nicht öffnen Du hast einen weggeballert, ja Ja, demseits, demseits, da fliegt grad dahinter, grad dahinter, hinter dem Hügel Und der eine steht da Immer noch dahinten Guck mal, ich kann nicht einen Chat schreiben, mal wieder, ne? Ich könnte jetzt dahin laufen Und das Zeug holen Ah Äh, willst du übrigens Stuff haben? Ja, siehst du den da hinten? Der, der kämpft da hinten an der Ecke Mhm Der lauert da auch Ja, wenn du mir jetzt Stuff gibst, dann snackt er sich's hier Ja, dann komm kurz mit rein Also wenn du jetzt gleich Safe Zone nicht mehr an der Attack ist BAM Baller ich den weg, äh, der Der kriegt, der kriegt auf, auf die Fresse Lass kurz hochgehen Ja, der kommt hinterher Ne Hast du nen Katana schon? Ja Okay Alpesniper hab ich grad in der Hand, aber okay Achso, ja dann Pack halt eine ein Wenn nicht, kann ich auch die Crew geben, wenn du willst Ich weiß nicht, vielleicht find ich die Alpesniper sogar irgendwie besser Also ich, ich find die Crew geiler, muss ich sagen Weil die Crew, die verzieht mega, wenn du immer schießt Ja, du musst halt, du musst dich halt wirklich entweder hinkrouchen und danach zielen Ähm, und halt Luft anhalten musst du halt wirklich echt Bei der Pipesniper kannst du das gar nicht Aber wir machen das mal so, als ob wir hier so reden würden Ich guck mal so in der Gegend Aber ich hab noch Mutti von dir für die Crew Ne? Okay, warte ich Gobi? Ja? Ich kundschafte nochmal hier aus Ja? Ob der Typ da irgendwo chillt Ja Ja Aber er stand genau um die Ecke und wollte zu gucken, ob ich ankomme Dann müssen wir mal irgendwie den bisschen austricksen, dann können wir noch wegsnacken Ja